Na, wann kommt Battle? Äh, wann kommt ne neue Folge? Äh, mach mal Videos, Dislike, Diabo. Ja, liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich dachte mir, ich mach die Begrüßung mal so, wie ich mich momentan gerade ein wenig fühle. Ich weiß ja nicht, was viele nicht mitbekommen haben, aber ich hab ja ein Video hochgeladen, das war dieses Infovideo mit OneMitChem, wo ich gesagt habe, dass es mir nicht gut geht, dass ich krank bin, dass jetzt auf meinem Kanal demnächst nicht so arg viel passieren wird. Das mit dem Battle ist irgendwie momentan total verhunzt, die Planung der neuen Staffel. Es ist einfach nur richtig scheiße, wenn man irgendwie in einer Konfi mit mehreren Leuten sitzt und keiner was richtig schreibt, irgendwie nie jemand da ist. Da wird jetzt nochmal ein bisschen was überarbeitet. Wir wollen demnächst wirklich einen Trailer machen. Ich weiß, ich wollte schon vor zwei Wochen einen Trailer machen, aber ganz im Ernst, momentan ist es auch so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich einfach momentan irgendwie nicht so Bock auf YouTube habe. Und deshalb habe ich jetzt momentan auch einfach keine Videos gemacht. Mir geht es momentan wieder besser, die Krankheit ist vorüber. Aber irgendwie fehlte mir jetzt in der letzten Zeit einfach die Motivation, weil vor allem, wenn ich sowas sehe wie, ich lese jetzt einfach mal zwei Kommentare vor, ich werde jetzt keinen Namen nennen, ich werde den Screenshot einblenden, wo der Name zensiert ist, ganz einfach, weil das sind jetzt einfach nur zwei herausgepickte Kommentare, die eigentlich auch genauso gut für mehrere Kommentare sprechen könnten. Also sowas habe ich jetzt so drauf bekommen. Zum Beispiel, wieso kommt Folge 21 nicht, wenn keine Folge, Dislike und De-Abo? Dann haben wir hier auch noch etwas. Domse, ich bin enttäuscht, ich schaue jeden Tag bei deinem Kanal vorbei und nix, das geht schon eine Woche so, also echt, mein Abo hast du verloren, Daumen runter. Gut, hier haben wir zwei Kommentare von zwei Leuten, die wie gesagt für mehrere sprechen, also sowas habe ich häufiger bekommen, test einmal das allererste, warum, bitteschön, wie, wie kann man einfach nur so dreißeln mit einem Video, was überhaupt nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt in der letzten Zeit nichts hochgeladen habe, wirklich überhaupt nichts, Daumen runter geben. Dann die zweite Sache, wenn ihr wirklich Videos von mir schauen, sehen wollt, was ich ja aus den Kommentaren lese, weil die, die abonnieren mich ja angeblich, weil keine Videos kommen, frage ich mich doch, warum deabonniert man einen, wenn man auf seine Videos wartet und geht gleichzeitig jeden Tag auf den Kanal vorbei, während man ihn noch abonniert hat. Dafür ist das Abonnement doch da, dass man sieht, wenn neue Videos kommen und nicht jeden Tag auf den Kanal gehen muss und vor allem, was ich nicht verstehe, wenn für eine längere Zeit keine Videos kommen, gerade dann kann man ja eigentlich abonniert lassen und sieht dann ja, wenn irgendwann wieder ein neues Video kommt, nicht, dass es mir jetzt irgendwie total nahe geht, dass mich diese Person deabonniert hat, wenn das wirklich so eine ist, die zum Beispiel einen Daumen runter auf ein Video gibt, was nichts damit zu tun hat, ja, dann kann ich auf solche Personen eh verzichten. Das ist generell so, ich weiß nicht, wie gesagt, momentan habe ich echt so das Gefühl, ähm, ich weiß es nicht, mir fehlt so ein bisschen die Motivation, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass mir das Battle bis jetzt immer noch am meisten Spaß gemacht und momentan davon leider nichts kommt, wie gesagt, wir planen da was richtig cooles, auch mit einem richtig geilen Mod, also, ich weiß, ich spoilere euch wieder, leider passiert da momentan nichts, jetzt ist Tim Kast im Urlaub, Yannick und ich, wir wollen jetzt demnächst wirklich einen coolen Trailer machen und was davon hochladen, des Weiteren versuche ich einfach mal in der nächsten Zeit meinen Kanal ein wenig umzustrukturieren, das kann wirklich noch verdammt lange dauern und wird ein bisschen zerkommen, deshalb von daher bitte die Devise beachten, wenn Videos kommen, dann kommen sie, ich lade heute noch ein richtig cooles Pop-Hunt-Video hoch, wo ich mir viel Arbeit mit dem Schneiden gemacht habe und, ähm, ja, dann schauen wir mal weiter, wie es weiter auf meinem Kanal geht, wie gesagt, ich möchte natürlich Videos machen, nur in letzter Zeit hat mir einfach ein wenig die Motivation gefehlt und ihr könnt das gerne den Leuten, die irgendwie auch das letzte Infovideo nicht so richtig verstanden haben, haben, wo ich gesagt habe, dass es, dass es mir halt schlecht geht, dass es jetzt so ein bisschen, ne, nicht so wirklich weiter geht auf dem Kanal, naja, denen könnt ihr das sehr gerne schreiben und ich hoffe mal, dass diese Scheiß-Kommentare aufhören, dass vor allem, was mich am meisten aufregt, ist ganz einfach, dass es, äh, solche Leute, die meine Abonnenten sind, äh, waren, die haben mich ja mittlerweile deabonniert, weil ja am nächsten Tag kein Video kam, äh, übrigens total, eigentlich das gute Druckmittel, ich weiß ja nicht, also abonniert mich, wenn ihr meine Videos gerne schauen wollt, wenn nicht, dann deabonniert mich halt, aber, das, da muss man doch nicht so, so drohen, mit einem Dislike und, ach, na, wie auch immer. Gut, jedenfalls, äh, was ist dann mit diesem Infovideo? Wie gesagt, heute noch ein Prop-Hunt-Video, vielleicht noch ein kleines Re-Live-Test-Video meiner neuen Kamera und dann sehen wir uns. Tschüss!